Natürlich bin es interessant hinter drin Hi! Hi, hi! Willkommen! Wie gefällt's dir denn bisher? Hä, was, wie? Super! Ich hab ordentlich Salz gemient, damit kann ich jetzt gut Geld verdienen oder so? Immer diese Discord-User? Ja, klar! Discord ist ganz ehrlich... Ich war vorher TS-User, Angelo. Aber mittlerweile muss ich sagen, Discord gefällt mir um einiges besser. Um einiges besser. So, wenn offenbar kein weiterer möchte, dann machen wir mal ready. Moin! So! Gibt's eigentlich einmal einen Stream ohne John, Mookie? Nein, ich denke eher nicht. Obwohl, wir hatten schon Streams ohne John, tatsächlich. Wo er bei seiner Schwester war. Ja, das stimmt. Da war er, da war er ein Tag, da war er noch nicht mal eine Minute anwesend. Hast einfach scheiß TS genutzt. Musst du gute Server nutzen. Die Skype funktionieren braucht man nicht. Was? Nein, wie gesagt, Discord finde ich genial. Finde ich genial. Du kannst, du kannst Links posten, du kannst Bilder posten, du kannst so quatschen, du kannst einfach nur schreiben, wie du möchtest. Mir gefällt's. Da streckt der mir die Zunge raus. War das ein Angebot? Was für'n Ding! Das ganze bitte nochmal in Deutsch ab dem Doppelpunkt. Dankeschön. Du Sau, sagt er. Ey, ernsthaft. Wow. Vielleicht mach ich nach dem Essen mit. Alles klar, Mookie? Das schreibt er einfach, du Sau. Ernsthaft. Wow. Du schreibst ja auch oft genug, dass ich nen geilen Arsch hab, also... Lel... Was? Ich? Bei dir? Was? Du betronst doch immer wieder so oft in das Wort Arsch, also kann man davon ausgehen, dass... Nein, ich hab nen geilen Arsch, als Jake. Also so mal, ne, also wenn schon richtig, mein Freund. Ja gut, mit dem Ding zwischen den beiden sehr interessant, muss ich sagen. T-Water щag schaime mal. Wo Liang? Was ist geкив? Weck. Ver... Verwerbo... we拉ha... Dann an den guesssem ReduzPC. Das war schon noch arabe. Wah, ja, bouch. Was...? Was? Man... Angelo, verwirr mich nicht. Ich meine, dass ist nichts Neues, dass ich verwirrt bin. Aber trotzdem... Es ist auch nicht schwer, dich zu verwirren. Na, vielen Dank auch. monkey yellow schon mit Angst vor mir. Also mal ganz ehrlich, bei so nem Bot brauchst du keine Feinde mehr, ne? Dafür hab ich gekostete Brüste hier. Läuft bei dir Mucki. Ja, dann guten Hunger dabei. Eieieieiei. So, mal gucken, was ich heute zum Weinbereisen kann. Schon mal vorüben für Sonntag, diesmal aber noch mit Perks. Ich mach dann Sonntag random, ohne Perks einfach. Samt allein! Also heute hab ich's mit der Map kann sein. Gibt's ja nicht. Gestern Hottenfield, heute die. Hä gut, Hottenfield hatte ich heute auch schon. Also zweimal. Äh. Jo, und der random hat erstmal den Killer gefunden. Läuft. Ein Killer hier. Mark, mach die Konkurrenz. Was? Wir haben den neuen Killer übrigens. Ist die in der Nähe? Jo, jo. Trägt sie gerade zum, äh, Haken. Oh, er kommt gerade in meine Richtung. Wow. Hau. Ich bin am Hau. Ich bin am Hau. Muss? Habt ihr dich gesehen? Naja. Könnte sie, glaub ich, runterholen. Ich bin am Hau. Okay, dann geh ich. Mal. Wow. Du brauchst mich, ich auch nicht. So. Ausbrechen. Er geht ins, er geht ins dann zurück zum Haken. Naja, klar. Naja, klar. Äh, ne, ne. Moin, komm zu. Komm zu dir, dich heilen. Geh weg. Du warst gestern böse. Ich bin nicht für die Punkte, hallo. Wow, wie ah. Der Tunnel ist auch gut. Wow, wie ich gar nicht sehe. Na hier. Ich denk das nicht nur. Wieso mach ich denn Konkurrenz? Hä? Ja gut, also würd ich mal sagen. Mach mal, äh, Jen. Alles gut. Alles klar, ein Julo. Dann vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Danke für den Host. Und danke für den Follow. Und ich wünsch dir noch viel Spaß mit deinem Frauchen. Oder an deinem Frauchen. Je nachdem, was du, was du lieber machen möchtest. Viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Boah, den machen wir jetzt fertig. Und dann geh ich mal saven. Ich hab noch Burrow-Time. Hallo Burrow. Ich komm mal mit. Na, wenn der jetzt uns beide umsägt, kommt das glaub ich nicht so gut. Ja, ich komm aber aus deinem Richtung, falls er dann dich sieht oder mich. Ach so. Okay, die geht auch schon abhängen. Jetzt sind wir doch schon zu dritt hier. Oh mein Gott. Und wie er wirklich instant auf den angeschlagen geht. Wow. Der ist nicht weit weg gewesen. Der hat sich hier vorne in die Ecke gestellt, der Sack. Keller ist im Schaden. Alles aus? Okay. Ich such mal in der Zeit weiter. Wow. Ja, keine Chance, ne? Angeschlagen. Ja, da tut mir leid für den. Bei mir wäre wenigstens noch Burrow-Time drin gewesen. Gucken wir gleich mal, ob die Clodia, dieser Wiesn, ob der BTR hat. Ja, der ist übrigens bei mir wieder. Ah, okay. Jetzt will er dich. Oh. Hätte er zumindest gerne. Ja. Die Map ist schön, oder? Aber ich find hier nie Generatoren. Ja. Ich glaube, er hat mich verloren. Komm. Da mach ich n' Jen. Der hat jetzt in meine Richtung packen. Oh, der hat Franklin 7 dabei. Ah, hast du erstmal deinen E-Tipp verloren, ja? Ja, ja. Erstmal E-Tipp, den wir kauen. Okay, Kriege. Bäh! Samu-Jürgen schreibt das Wort hier. Samu-Jürgen schreibt das Wort hier. Wo bist du denn umgefallen? Ich seh dich nicht. Och Gott, dann hat er auch noch den Perk dabei. Hm. Hm. Ganz wichtig. Also ich bin am Scheiße aus quasi in der Ecke. Ja, dabei. Ich auch gerade eben in der Nähe. Wo bringt er dich denn hin? Lock. Da fuk. Alter, bist du auf Arsch der Welt. So, warte mal. Ich mach den Jet gerade, dann komm ich. Oh, er ist bei mir. Oder war zumindest in der Nähe bei mir gerade. Okay. Okay. Da vorne ist er, okay. Jetzt konnte ich Gott sei Dank gerade sehen, wo er rumgesägt hat, wie wild. Äpp' noch mal auf. Okay. Probieren wir's. Oh, 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 oh. Und? Weg mit dir. Weg, 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 weg. Er ist dir hinterher. Wow. Komm. Ja, ja. Wie er dir komplett instant hinterherläuft. WTF. Na ja, gut, dann geh ich dir hin. Wenn ich mir da mal abhängen. Komisch, jetzt kämmt er nicht, ne? Da hat er im ersten Auto gekämmt. Wow, ich komm hier nicht am Baumform. Ernsthaft! Wow. Wo geht's denn hier rauf, verdammt? Hier! Okay. Ich komm in Kelle. Okay. Ja, gut. Borrowtime haben wir ja noch zu Not. Kriegen die Stau, steht die da noch raus. ja wenn du so hardcore tunnelt ja einziger nachteil halt ne gott lass mich raten er hat mich gesehen natürlich hast du nicht gesehen verdammt kleine flachpfeife wow was war das denn jetzt schon wieder john oder war es schon wieder vorbei ja tut mir leid er hat leider mich gefunden er hat leider mich gefunden das war das problem deswegen konnte ich leider nicht zu dir kommen ok nirskoller hat auch schon mal ne ich überladen ja oh obercharge hat da drin ok da mal gucken ob ich ihn treffe ok ok ne random hat er getroffen er hat barbik Q&G 3 sie ist natürlich ausgerechnet in dem moment umgefallen wo ich den jenner gemacht hab scheiße und zeichen der bestie ah der ist wegen keller wo bringt er die denn hin jetzt ok sie ist runtergekommen ok wo verdammt ah hier irgendwo ach da ach der will die auf den berg bringen ja da kann ich ja froh sein shit das war gut tricky Mist ich komm mal wieder nicht rum ey ernsthaft ja ja klar willst du nicht jetzt hast mich die ganze runde nicht gehabt und und kei keine chance keine chance der war so schnell auf einmal Was war das? Oh! 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 Oh!